Mr. Palsy macht einfach weiter. Hahaha. Verstehen wir die Welt jetzt besser? Seit Tagen ist Facebook tot. Bin ich nun schlechter informiert? Die Welt dreht sich weiter. Wir packen das Laufburg raus, gehen mit den Freunden aus und schreiben alles auf. Hahaha. Jonas sagt, setze dir kleine Ziele, Gussi, und versucht sie zu erreichen. Was denn? Ein neues Bett? Ein neuer Rechner? Oder eine Heimatreise? Hahaha. Mein Handy ist aus. Nun bin ich auf die Menschen angewiesen, die mich auch so fehlen. Jajaja. 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 Zura ist die Ka. Zumaes. Jajaja. Jajaja.